Hallo, liebe Fußballfreunde, Thema Aachen, Regionalliga West 2023-2024, vierter Spieltag. Obenhausen gegen Aachen, Ergebnis 4 zu 1. Startelf, Obenhausen, Benz, Montag, Stampermann, Öztuk, Ernst, E. Franscht, Nimo, Po, Valiken, Storpelkamp, Grafka, Stafberger, Kleinserge, Kleinsorg, G. Kajer, Startelf, Aachen, Johan, Uppf, Utsildag, Studik, Weinter, Müller, Herzog, Papro, Schaub, Rassig, Heinz. Das war's von Obenhausen gegen Aachen, 9.50 Uhr. Das war's von Obenhausen gegen Aachen. 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 Das war's von Obenhausen gegen Aachen.